Yo, was geht, was geht, Freunde? Viele von euch wissen nicht, dass der Zug in Fortnite eigentlich richtig overpowered ist und ich würde dazu sagen, es ist der mythische Fortnite-Zug. Und ich werde nur mit dem Zugloot versuchen, den epischen Sieg zu holen. Ich würde mich freuen, wenn du das Video jetzt likst, den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast und trag gerne meinen Creator-Code PRAXIS-YT ein. Ich sag mal so, du denkst hier gerade, ja, du kennst den Zug in- und auswendig. Ja, das habe ich auch gedacht, bis ich einen Pro-Player gesehen habe. Was er alles mit dem Zug gemacht hat und ich fand das einfach richtig krass. Wir fangen den Zug hier ab und dann zeige ich dir gleich, was du alles machen kannst. Das ist einfach... Ey, also ich versuche es auf jeden Fall nachzumachen und du musst es auch versuchen, okay? Da ist der Zug auch schon. Chuchu, hier komme ich. Alles klar, okay. Das Erste, was er gemacht hat, ist, er ist von hinten nach vorne gegangen. Ich weiß jetzt nicht, warum, aber das machen wir jetzt auch. Wir dürfen natürlich nur diesen Loot hier benutzen, den wir hier auch erhalten. Aber ich muss dann auch den epischen Sieg holen. So, dann hat er die zwei hier geöffnet. Warte mal, was haben wir hier? Uh, da ist schon direkt die Aim-Bot-Waffe. Die kann ich aber nicht gebrauchen, aber die MP nehme ich gerne mit. Und, äh, nee. Wir öffnen jetzt direkt oder hacken jetzt direkt erstmal diese Truhe hier. Und dann müssen wir eigentlich nur noch warten, bis sie aufgeht. Da ist doch ein Gegner. Bin ich etwa blind auf beiden Augen oder einfach nur blind, äh? Oh, er wird überfahren. Oh, er wurde überfahren. Okay, wir gehen wieder rein. Wir müssen gucken. Oh nein, mein Loot ist weg. Wegen dir ist mein Loot weg. Was sagst du dazu? Okay, warte ab. Warte ab, jetzt wirst du sehen. Oh mein Gott. Hallo, Aim. Mein Aim macht wirklich gerade Urlaub auf Malediven. Kann das sein? Ah, egal. Egal. Ich hack die Truhe wieder. Ob du willst oder nicht da hinten. Da schießt doch einer. Hier, hier, hier. Oh nein. Hä, ist er eingestiegen? Runter von meinem Zug. Oh nein. Ich muss wieder rauf. Haha, du Trottel. Junge, das ist so schwer geworden mit Bullet Drop irgendwelche Gegner zu finden. Beziehungsweise zu treffen. So, jetzt kriegst du Ärger von mir. Ich muss nachladen. Oh nein. Ich nehme erstmal deinen Loot hier. Ich glaube, ich habe den Zug verloren. Nein, Zug, warte auf mich. Wenn ich alles gerade mathematisch richtig berechnet habe, dann kann ich den Zug gleich hier... Oh. Sorry, Deadpool. Hier abfangen. Da ist der Zug. Ich muss doch noch meinen gehackten Loot kriegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Jetzt. Oh, ich muss rauf. Ich muss rauf. Okay, sehr gut. Und jetzt muss ich einfach noch einmal ganz kurz die Truhe hacken. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Der wurde schon wieder gehackt. Wer bist du denn? Na? Warte mal. Hast du meinen Loot gehackt hier? Oh, er hat einen Sniper. Das kann er wirklich gewesen sein. Was ist das denn? Oh, der... Ja, sehr schön. Jetzt du, komm her. Aua, aua. Brexit ist richtig sauer. Oh, mein Gott. Nein, das ist nicht der Loot. Niemals ist das der Loot gewesen. Oh, ich muss zum Zug. Okay, Brexit. Bleib ruhig. Tief einatmen. Ausatmen. Hey, wer schießt denn hier? FBI, Polizei, Tanzverbot. Hier sind doch Steps. Oh, mein Gott. Okay, wir müssen den Zug wieder abfangen. Hä, was machst du denn hier? Okay, warte mal. Warte, die nehme ich noch mit hier. So, und ciao. Ich muss zum Zug. Wo ist mein Zug? Wo bist du? Hafti, Abi, Abi, Hafti, Afti, Abi, Abi, Abi. Digga, ich heiße auch Abi. Keiner glaubt mir, dass ich Abi heiße. Also A, R, B, I. Und viele sprechen das eher nicht aus. Hat Haftbefehl etwa über mich gerappt? Hafti, Abi. Oh, der Zug kommt. Oh, okay. Eins gegen eins gegen Zug. Attacke. Okay, Digga. Ja, okay. Tschüss. 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 So, chill mal ein bisschen. Das war alles geplant. Ich wollte genau hier landen. Ich habe das berechnet. Das ist ein Maul. Warte mal. Hier ist ein Motorrad. Ich will ein Motorrad in meinem Zug haben. Steck drauf. Okay, so, jetzt aber. Für 60. Und, warte, 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 warte. Jetzt. Drei, zwei, eins. Let it rip. Und jetzt aber rip. Oh, jetzt habe ich sogar ein Motorrad. Let's go. Oh, oh. Ich habe gar nicht berechnet, dass er nicht mehr in der Zone ist. Hallo, ich will raus. Entschuldigung. Ich muss raus. Bitte. Lass mich raus. Okay. Oh, schnell, schnell, schnell. Ich habe keinen grünen. Warte mal. Da ist ein anderes Motorrad. Die Verfolgungsjagd wird aufgenommen. Flucht ist kein Sinn. Warte mal. Flucht. Flucht. Flucht macht keinen Sinn, du dumm Kopf. Nenn mal ein deutscher Manier. Junge, ich kann nicht mal deutsch. Ich sollte, ich sollte wirklich wie der ein oder andere YouTuber erst danach einsprechen, anstatt zu spielen und zu sprechen. Guck, guck. Ah, hast du Angst bekommen? Sag mal ehrlich, ich habe von niemandem Angst. Von niemandem habe ich Angst. Ja, besser ist, dass du hier abhaust. Guck jetzt, was ich mit dir mache. Warte, wenn ich hier rauskomme. Warte kurz. So, jetzt gehen wir. Oh, oh. Oh, da unten seid ihr also. Denkt ihr, ich habe Angst vor euch? Hat er gerade getanzt? Die haben das Medaillin. Ähm, das kann ich erklären. Und zwar... Puh, so. Raste jetzt nicht aus, Braxy. Braxis. Nicht ausrasten. Nicht... Bitte schreibt jetzt alle einen traurigen Smiley in den Chat und schreibt rein, das hätte nicht passieren dürfen. Mach das mal bitte. Lass mal alle Zuschauer verwirren, dass die keine Ahnung haben, was passiert ist. Ich bin Riss des Traures geworden, Digga. Mein Gerät wurde gehackt. Sehr schön. Jetzt benutze ich diesen Loot hier. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hallihallo, meine lieben Freunde. Oh, falscher Kanal. Sorry. Ich sehe Schritte. Ich bin Harry Potter. Potter. Hallo, hallo. Jetzt bin ich dran. Okay, okay. Jetzt bist du wieder dran. Spaß. Als ob ich dich schießen lasse. Was machst du eigentlich im Taucheranzug hier? Ah, jetzt verlässt du... Guck mal, er geht einfach raus. Wie ehrenlos. Wie ehrenlos ist das bitte? Okay, wir müssen weiter. Ich glaube, ich habe meinen Zug verpasst. Oh. Hä, ich habe mich gar nicht erschrocken. Du hast dich erschrocken. Als ob ich Angst habe. Aber wir müssen irgendwie zum Zug zurück. Wo ist er hin? Zug. Okay, Leute, ich habe alles berechnet. Wenn wir jetzt gerade ausfahren, ohne einen Unfall zu bauen, dann schaffe ich den Zug... Warte kurz. Wer war das? Hallo. Ja, damit hast du keinen guten Tag getroffen, wa? Wir müssen direkt zum Zug weiter. Oh, Mann. Seht ihr das, was ich sehe? Pili. Pili ist vermisst und ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Leute, wenn ihr Hinweise habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und wer stört mich hier, wenn ich gerade emotionale Bindung aufbaue? Irgendjemand schießt hier. Sag mal, habt ihr nicht mal alle Böhren locker oder was? Aha. Aha. Kann mal ein Shot connecten, bitte? Dankeschön. Muss man erst mit seinen Schüssen reden oder so? Ja, du willst jetzt also noch klauen. Zap, zap, denkst du, kannst du machen. Ah, kannst du knicken. Kennst du, kannst du knicken, kann mich einer... Äh... Hä? Oh, oh. Erstens, Video fast gelb geworden. Und zweitens, ich weiß genau, was du dachtest und das meinte ich gar nicht. Egal, wir kriegen den Zug noch, aber solange ich den epischen Sieg nur mit den Loot gewinne, ist es ein mythischer Zug. Ah, was machst du denn hier? Bist du etwa eingebrochen? Bist du ein Einbrecher? Ich ruf die Pullilei. Was, Bruder? Ah, hab fast die Pullilei wegen dir gerufen, sag ich dir ehrlich, Digga. Ist hier noch jemand? Hallo? Seid mal ehrlich, Digga. Kennt ihr das? Wenn euer Arsch richtig juckt, ne? Und du machst an deinen Stuhl so links und rechts und damit da so... Damit du ein bisschen kratzen kannst? Ich kann doch nicht der Einzige sein. Oh, oh. Oh. Komm schon. Junge, Digga. Was soll das? Hör doch mal. Okay, jetzt bin ich das Reste sauer hier. Oh, oh, oh. Ja, hier, guck mal. Ach, jetzt denkst du dran, dich zuzubauen, wa? Oh mein Gott, chill mal ein bisschen. Und das mit, wenn dein Arsch juckt, das meine ich gar nicht so. Also, das war nicht so gemeint. Ich frage für einen Freund. Hä? Kuckuck. Hallo. Hier bin ich. Oh, oh. Digga, ich muss aufhören, wie ein Affe zu machen nach jedem Kill. So. Wir haben 10 Kills. Alles easy, alles locker, alles flockig. Es leben gar nicht mehr so viele Leute. Das heißt, ich könnte es tatsächlich schaffen, den epischen Sieg zu holen. Und damit... Oh. Oh. Sehr schön, sehr schön. Komm schon, komm schon. Ja. Ja. Wir haben 12 Kills. Es kann funktionieren. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Tralala. Tralala. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Lalalala. Hallihallo, meine lieben Freunde. Ich bin's, eure Bianca. Ich bin so behindert, ne? Ich kann nicht spielen und gleichzeitig reden. Da kommt nur Müll raus. Einmal bitte weh in den Chat, wenn nur Müll rauskommt. Schreibt mal in die Kommentare ein dickes weh, ja? Und lasst ein Like da. Seid mal ehrlich. Ich finde euch, ich mag euch alle. Ich finde euch alle sympathisch. So, den haben wir auch. La, tut mir einen Gefallen und lasst einfach mal jetzt ein Like da. Das ist kostenlos. Junge, wer nervt denn hier gerade? Ich war gerade... Oh, du Fisch. Ah, du Fisch. Also, guck jetzt, guck jetzt. Editieren. Pum, rein. Hast du jetzt davon... Oh. Hallo? Editieren, rein. Schuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Das war Crank. Alter, war das knapp. Friends, es lebt nur noch einer. Kann ich den epischen Sieg holen? Nur mit dem Loot von Zug. Da ist er. Eslo, Eslo, Eslo. Ich darf ihn nicht trinken lassen. Freunde, epische Musik. Let's go. Wir haben den epischen Sieg geholt, Freunde. Mit dem mythischen Zug. Probiert diese Challenge gerne selber aus. Und wenn du diese Challenge gewonnen hast, dann schreib deinen Epic Games Namen unten in die Kommentare. Lass ein Like da und ein Abo. Und mit ein wenig Glück spielen wir zusammen. Und check auf jeden Fall meinen Discord ab. Denn dort spiele ich regelmäßig mit meinen Zuschauern. Und ganz wichtig, folg mir auf Instagram. Dort habe ich mich gezeigt. Aber es weiß keiner. Das heißt, wenn du wissen willst, wie ich aussehe, das hier ist mein Instagram Profil. Folg mir. Tschüss. Hey, Grinch, wechseln! Du bist mein Lieblings-Hotuber, bitte! Ey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.